World Cup 2010 Deutschland vs. England 27.06.2010 Selmqenzi Selçank Kenzi Autor de Selçank Kenzi nun treffen im Achtelfinale zwei fast gleich starke Teams aufeinander, Deutschland gegen England. Ich denke, nur das Glück am Tage wird entscheiden, wer gewinnen wird und das Glück dürfte diesmal wohl eher bei den Engländern liegen, die grundsätzlich auch etwas stärker einzuschätzen sind. Mein Tipp also, England gewinnt und Deutschland scheidet aus. England hat in der Vorrunde keine Niederlage erlitten, sondern gegen die USA und Algerien nur einmäßiges Unentschieden hingelegt und gegen Slovenia gewonnen. Deutschland hat in der Vorrunde eine Niederlage gegen Sabia-Alippen, einen Sieg gegen Australien und einen Sieg gegen Ghana hingelegt. Trotzdem haben sich erhebliche Schwächen in der deutschen Mannschaft aufgetan, und wenn die Engländer das ausnutzen. Dann ist ihnen der Sieg sicher. Und hier wird wieder klassischer Fußball gespielt, und da sind eben England die Besseren und werden deshalb das Spiel gewinnen.